Ich habe ja einen Notfall. Es geht um einen Jungen, dessen Eltern ihren Sinn für Weihnachten verloren haben. Das ist schade. Deshalb musst du in die reale Welt gehen, um das Problem zu lösen. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Weihnachtslieder singen. Es soll alles dekoriert sein. Und ich will einen echten Baum. Eine Elfe zu Weihnachten. Auf Universal TV.